Nervt hier. Alter, hier sind... Allein auf der Karte sind mindestens 10 Ghast. Ich werde da... Ich werde da ein Hell-System jetzt auch gleich reinmachen. Okay, da komm ich mal. Wieder zu Lück. Zu Lück? Zu Lück. Zu Lück in Glück. Du-pi-di-di-di-di-dück. Wie weit ist das Portal in Vandal-All? Ne, dafür hab ich hier Waypoints und... Ach, nehmen wir Alchemie. Ähm... Hell, hell, hell da. Du-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Bip-bup. Hört man nur. Jungs, siehst du welche Blöcke stehen? Mhm. LOL. Die du oben drauf gesetzt hast. Naja, was ist das? Da sind Wetsleern-Blöcke. Guck mal. Komm der unten... Ja. Habe... eigentlich... Da hab ich recht viel Wetsleern schon. Na, nehmen wir schon mal ein bisschen Wetsleern mit. Giselle. Haben sich gerade die Zombie Pac-Mans aktiviert? Ja Seitdem ich die das eine mal gehauen hab Wenn die mich ja gehauen Das Problem jetzt Deswegen kannst du die ruhig jetzt schlachten So Ob ich die schlachten kann, ne? Ah Lock im Moment Wegen Weg Da ist ja irgendwo ein Weg Da ganz leicht nach unten fehlt und wieder hoch Ja, da musst du ja schon Oh mein Gott Naja, ich mach den ja von der Wand entlang hier Wir haben Zwei, vier, sechs Sechs Decks Redstone Blöcke Sechs Decks, super Scheint wohl Wie gesagt, das ging eigentlich ganz schön schnell Ähm Das sind 384 Redstone Ja, reicht Echt, echt vollkommen Muss ich gleich nur entschesseln und dann da reinschmeißen Hab ich schon gemacht Ah, okay Also tue ich erstmal wieder ins Emilesystem rein Ja Mach ich nicht Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ja das ist gut dann können wir auch weil die rüstung ist eigentlich wenn ich ganz klar aber die dauern lange abzubauen oh mein gott die dauern nicht lange vulkania blocks die sind einfach hier blazes geht das herunter oder sterbe ich da oder sterbe ich ich habe eine versteckte kiste gefunden mit magma cream und ich habe gerade einfach nur so eine wand rumgefahren ich dachte weißt du kannst du schön am eck irgendwie runter gehen wir dann mal alles komplett auseinandernehmen ja die kompletten dinge versteckt sie da irgendwas in diesem hell in dem himmel ding hatten wir auch noch so was das darum gefleucht ist aber naja wo es doch glaube ich in der mitte aber wo ich nicht überall dran kam kann sein ja da war glaube ich auch noch genug spinn 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 sie den blöcke okay das ist jemand von außen das war alles kaputt graben ja ich habe hier so manche gänge sind auch dunkel da war ausgleich da bin ich einfach nur reingegraben spinn spinn oh diese spinn die spawnen hier wenigstens gutes in der manwalk die spinn hat mich heute runtergekickt hallo spinn oh hikeeper ich buddel mich mal hier einfach irgendwo rein oh spinn hau über mir boom ne doch nicht oh du faker ja haste boom gemacht boom gemacht boom gemacht boom gemacht dead creeper pfff ich sehe nichts mehr Hilfe boah welche richtung jetzt also nicht boah jetzt habe ich die orientierung hier drin verloren das ist gemein warum komme ich denn hier wieder raus da weiß ich auch nicht ich buddel mich einfach wenn wieder raus nur weil der dead creeper explodiert ist oh Hilfe Hilfe Autsch da muss man schnell was essen hier noch Autsch Autsch alter mann muss sich wieder hier richtig hinsetzen hier mit ganz laut quietschen wo sind die oh irgendwie nervt niemand sich hier gerade drin weißt du warum ist das skelett boah ja ich buddel mich einfach irgendwo an der wand durch dann finde ich so schnell im mobb nicht naja äh waren wir da unten eigentlich drinnen wo ist denn brauchst du meintest du ja wo ist denn brauchst du äh ja kann ich auch gut gebrochen und netherbrakes ne ah ja wow skelettratei und ich habe kein schwert mehr doch nur mein skelett da hat er umgemacht warst du das ja ich bin unten in diesem raum wo die me zeug drin ist weißt du noch ja da bin ich gerade drinnen ok äh aua weil die sind block of irons noch viele aber auch mal ob die noch ich habe keinen ich kann mich nicht wehren spin das ist unfair ok recht doch das ist eine schaufel dann nehme ich die axt und wehre mich dass wir hier wieder veranstalten doch einfach YOLO YOLO oh hier ist die Wolle ähm hier ist die Wolle dieses Feuerflasht ganz gut oder haben wir glaube ich noch welche ja ja ich glaube in irgendeiner von diesen äh safes ich glaube den den dede oder so hatte au au verbrannt toll schnell mir die blaze nehme ich eigentlich scheißegal ouch okay du bist irgendwo auf jeden fall neben mir oder in der nähe was habe ich denn da gefunden was denn biroxa bricks ich habe verschiedene bricks gefunden okay also brick sorten einfach weil ich in so ein Loch rein bin ouch ich brenne schon wieder nicht mal verbrennen was essen ja das Problem ist hier erstmal wieder raus zu kommen das finde ich das Problem sei ist alles dunkel ouch aua ich brenne ja schon wieder ah und schon wieder oh oh mein gott warst du das? ja das Ding hat mich einfach attackt die schwule Hure ja machen die auch hab ich doch beim letzten mal genau dasselbe Problem gehabt flair vorunter enttackt mich die blöde potzau so ich extrodiere den creeper ne mal wieder nach oben essen ja ja du hässliche spinne fick dich bye drecksvieh bamm bamm lass mich ein bisschen rumgraben vielleicht findet man noch irgendwas mach mal ich bin erstmal wieder oben ah ich gehe gleich auch sofort wieder hoch ja was denn der PC läuft langsam bla 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 läuft er gar nicht aber egal doch er läuft langsam Centus dein PC hat das gesagt ja ja und Fackel brauche ich gleich ich habe keine mehr gleich oh da geht es noch weiter runter ne da will ich noch nicht runter sanguine Bricks bla bla Bricks keine ahnung guck was man damit machen kann bestimmt irgendwas bauen irgendwie ja ja ach jetzt haben wir blaze das sind ingots das sind ingots ok stier pigmen ok das hätte ich erst nicht gedacht dass das ingots sind aber das Brick steht deswegen ja da kommt gleich auch was zu sein so wo muss ich hin entweder YOLO YOLO so erstmal wieder alles soweit ins ME-System reinschmeißen so zack ah ok hier sind ja die Blöcke ja die Bricks kannst du herstellen in dem du da ein vierer Slot nummer hast ah so das war doch mit den Dingern was ähm hier hier ok dann einmal ah hier Elektrum abgebaut nice zack komm mal rum k mal rum und zum block ok die nächsten Blöcke sind von den Nether Medids haben wir auch schon wieder drei stücke simon scheiß borna drin oder was und da stehen wir wollten die doch nicht abreißen von blaze sagen können wir ruhig jetzt machen aber 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 ich muss weg oder weiß nicht immer irgendwo hin verpieseln dass ich mein leben recken kann keine ahnung war das können oder nicht und in etwa 10 nehme ich einfach mal mit